Willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Feed the Beast mit denen, die immer dabei sind. Schon wieder zu faul alle aufzuziehen. Ich bin nicht dabei, ich sitz hier nur. Ja, er sitzt da nur, er weint in sich rein. So, den Weg hoch nicht. Ich werde mich jetzt mal ein bisschen frisch machen, nach unten gehen und ein bisschen was erkunden. Okay, ich probiere gerade alles aus, was dieses Moos sein könnte. Ich weiß echt nicht, wie das heißt, da steht halt leider kein Name. Oh, wer haut mich denn jetzt hier schon wieder auf das Faden, Alter? Ich hab mein Wurfmesser auf dich gemacht. Alter, so ein Wichser, ey, der stirbt jetzt. Ey, nicht mich töten, hallo. Ich glaub, du hast es aufgesammelt dafür. Das ist Attach Moss, das ist wirklich Moos, steht da. Moss to a tool infused with life, bla 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 bla. Das ist billig. Voll lustig. Kritige Kackwaffe, ey. Sag mal Sascha, was steht da? Das ist wirklich irgendein Moos, das scheint Moos zu sein, einfach. Achso, halt jetzt, okay, hier steht, wie man das machen kann. Ey, du musst, du brauchst neunmal hier, Moss Cobblestone, musst in das neunmal neuen Craftingfeld mal an, kriegst einen Moos klumpen. Ach, und ich wollte das mitnehmen bei dem Spawner, aber ihr alle nicht. Mossy Cobblestone, ja. Und dann kriegst du einen Moos klumpen. Und repariert sich in der Spitzacke gelöst. Hat jemand, äh... Nein, haben wir nicht. Shit. So, ich geh jetzt mal ganz kurz, ich weiß jetzt, was ich machen werde. Also jetzt doch was anderes, als ich grad eben machen wollte. Und zwar geh ich jetzt Sand, Gravel und... Danke, dass du zwischenredest, Fabio. Sand, Gravel und Clay holen. Denn das brauchen wir für die Schmiede und die Schmiede würde ich so schnell wie möglich fertig haben. Aua. Hast du eine Bratpfanne? Die slowed, Alter. Aua. Hast du eine Bratpfanne mit Diamanten gedingstet? Die hat mir Fabio gegeben, der Spackpunkt. Fabio, du hast ne Bratpfanne mit Diamanten verbessert. Okay, ich weiß es. Hallo, die ist voll geil. Die ist so... Ich glaube, wir sollten dir Diamanten vor Fabio irgendwie... Fuck, Fabio... Irgendwie in Sicherheit bringen, ey. Jaja, hier sind die Diamanten. Habt ihr von euch eigentlich jetzt mal Holz geholt? Ja, ich hab... Ja, geil, Fabio. Wir hatten 38 Diamanten, Junge. Ja, ich hab ein Diamanten dafür verbraucht. Boah, Fabio, Alter. Alter, Junge, ey. Verbrauchst hier 15 Diamanten für eine Bratpfanne, Alter. Ich hab... Habt ihr Holz? Ich brauch... Ich brauch Schaufeln. Ähm, willst du ein bisschen Sakura-Wut? Ja, Hauptsache Holz. Hahaha. Also ich hab ganz viele Sticks. Danke. Weißt du, was das bringt? Äh, ja, Sticks sind auch noch viele gewesen, Hals ist gut. So, wo ist denn die Pfanne jetzt, Vaira? Kriegst du nicht mehr wieder. Die hab ich verbrannt. So Sascha, ich muss mal eben dich hier... Oder irgendeinen brauch ich mal als Testfessorin, Sascha. Ich werd jetzt farmen, genau. Ich werd mal nur ganz kurz stehen. Hat jemand Erde? Was denn? Hat jemand Erde? Oh, warte mal. Wie viel Schaden macht das? Äh, ein bisschen die Beeren auf dem Dach anzupflanzen. Äh, zwei. Vier. Und das macht mehr, ne? Ja. Wie viel Schaden macht das? Warte mal, wie viel Schaden macht das? Bleib mal stehen. Hast du jetzt Erde? Ja, warte. Nix. Warte, ich hab dich gar nicht getroffen. Ich weiß. Nix. Ich bringe mir dich drüber. Ganz genau so viel Feuer auch. Jetzt auf mich zu schlagen. Und jetzt kriegst du Erde? Ja, Vaira, ich pflanze kurz an. Und ich mach auch... Kratos. Ja, ich hab hier... Warte, 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 komm zurück, komm zurück. Hier, warte, nimm die Raspberry Bushes mit. Bitch, ey. Können wir nicht auf... Äh... Dingster? Auf Erde müssen wir nicht machen. Danke. Ey. Du kriegst dich wieder. Ja, Crafty, ich meld noch eins. Wieder aus Diamanten. Du hast den auch mit Diamanten, Junge. Da hast du auch Diamanten drauf gemacht. Auf den Decker. Auf den Stein, Deutsch. Hallo, der ist geil. Gib den mal wieder. Nee, Junge, ey. Du verschwendest unsere Diamanten hier. Auf Spitzhacken ist... Auf Spitzhacken ist sowas wichtig, ja? Wenn man dann das spart. Was? Na, was? Er hat sich ein Diamantschwert gemacht. Das ist kein Diamantschwert. Der Junge hat sich alles aus Diamant gemacht, Alter. So ein Spack-Gerang. Das hatte ich die ganze Zeit schon. Das hat Sascha mir gemacht. Das hat Sascha mir gemacht. Das hat Sascha mir gemacht. Ich töte Fabi jetzt. Ja, ich auch. statistische 72. Das hat die behindert. Behinder Hacks? Das ist im Hang bei dir. Drei Diamant habe ich gebraucht. Per per dat. Aber für so unnützes Zeug. Für nen Dolch, în Dolch Junge. Ja, den du jetzt hast und das andere hat Vaira. Den Dolch, der ist aber auch sinnlos. Wieso machst du den Diamanten ran? Weil der cool ist. Ja, Doom… Das sinnloseste, Alter. Vor allem ein Steindolch, wenn es zumindest ein guter gewesen wäre. Also Obsidian oder Kobalt. Aber nein, Stein. Die ganze Zeit geslowed ist danach. Ich mach mir noch so ein Teil, ich will auch seins. Nein, Junge, aber nicht aus Diamanten. Ja, nicht aus Diamanten. Huch, ich sollte vielleicht nicht so lange unter Wasser sein, sonst sterbe ich. Oh, ich erkenne nichts. Was ist denn hier nirgendwo Clay? Vielleicht suchen. Wir müssen dann auch ein ganz neues Gebiet irgendwann suchen. Hey, da ist ja der Busch weg. Das Gebiet ist halt jetzt nicht so wirklich... Oh, jetzt hab ich Clay gefunden. Boah, Weyra, Alter. Wartest du auch Damage? Ja, aber nicht viel. Alter! Alter, Weyra! Was ist denn da für Teile? Das ist eine Bratpfanne. Nimm ihn mal. Alter, ich hab Monster erschaffen. Dann komm mal hin einmal. Beyer und seine Bratpfanne. Ja, das ist meine. Ich will mal gucken, was ich kann. Dann macht das so eine Jump Attack. Ich bin jetzt ein Creeper. Dann mach ich einfach Jump Attack. Und dann mach ich einfach mal weg. Willst du mal beiseite gehen? Ach, Weyra, was machst du denn da gerade? Kau her. Klingt so komisch da. Kannst du mal bitte meinen Redstone geben? Damit ich auch ein bisschen noch machen kann. Na ja, klar. Kann man mit hier vor Fabio und sich halt bringen. Was mich gerade wundert, man kann ja das Smeltery-Ding auf Spitzsacke machen, womit die es fortgebraten bin als abbaut. Kann man das theoretisch auch auf Schaufeln machen, dass man, wenn man Sand davor direkt Blas bekommt? Das wär geil. Das wär richtig geil. Das ist ja wirklich geil. Fällt mir jetzt gerade so ein. Ich hab nicht versucht. Bist du jetzt gerade da dran? Oder kann ich noch kurz zu Ende machen? Ich hau schon gerade glaube ich die ganze Spitzsacke raus. Fuck, jetzt habe ich gerade Dieter. Gib mal Dieter wieder her. Nimm mal jetzt die Pickaxe. Gib mal Dieter. Gib mal es auch eine Hexe. Er hat keine Katze, die da ist, sondern eine Spitzsacke, die da ist. Au, Herr. Achso, apropos jetzt, was ich ja vergessen habe. Ich muss den mal ganz kurz erwähnen, ja, Fabio. Fabio? Dass ich vorhin den besseren Schlür bekommen habe. Das stimmt. Muss ich ja noch erwähnen. Das stimmt. Du verloren hast, du schlecht bist. Ich hab den besseren Schlür bekommen und den geilsten Platz. Dem kann ich ja auch noch was davon haben. Nein. Er hat eine Bratpfanne verbraten. Er hat nicht mal genug für Vaira und mich. Oh. Wisst ihr, was ich gerade gefunden habe? Er hat bestimmt noch was. Warten. Wisst ihr, wer der Babo fuck jetzt ein Spawner? Wtf, wir haben keine Redstone. Seit wann hat man eine Redstone mehr? Fabio. Ja. Mutant. Mutant. Oh. Ey, man kann mit der mit der mit der Pickaxe auch abbauen. Oh, jetzt hab ich ein Redstone. Oh, schau. So, ähm. Haben wir denn noch, äh 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 Gib mir mal deine Schuhe. Haben wir Grevel? Gib mir deine Schuhe. Mann, Tim, jetzt einfach nicht. Jetzt ja auch mal was bauen. Wie heißt, gegenseitig nur klatscht, ey? Die stehen noch beide drauf. Okay, mit dieser Bratpfanne kann man auch ganz gut abbuddeln. Mann, alter! Warte, was hast du denn da reingebaut? Ist das ein Emerald? Nee, oder? Er hat doch jetzt nicht auch noch Emeralds verbracht. Hast du nicht, hast du den Emerald da reingebaut, Fabio? Ja. Was? Nein, das war Tim. Mich verarschen? Jetzt wieder alles auf Tim schieben, hier. Immer dieser Fabio, Mensch. Du sollst nicht so schreien. Ja. Du bist viel lauter als ich. Du schreist viel lauter als ich, Mami. Wir haben jetzt keine Emeralds mehr, oder? Ja. Wir hatten nur einen einzigen. Ja, sehr gut. Habt ihr denn jetzt... Wo habt ihr denn den Emerald rein verbaut? Fabio hat den da reingebaut. Wo habt ihr denn den reingebaut? Du hast sie doch da rausgenommen. Wo habt ihr den reingebaut? Hier, ich zeig dir... Ich geb dir die Pickaxe an. Ich bin was unten. Fabio, sei mal nicht so laut. Ich wollte nur gucken, ob das geht. Nicht schreien, Fabio, ganz leise. Nicht schreien. Und hast du damit gecraftet. Fabio, nicht schreien. Fabio, leute mal ruhig. Fabio, aber okay. Boah, Fabio, ist wieder so laut, ey. Boah, Fabio. Wenn man die Sachen nur da reinmacht... Fabio, schreit doch mal nicht. Fabio, ey. Geh doch mal ruhig. Oder? Ja, ich werde hier von euch für Sachen beschuldigt. Oh, Junge, man. Das war mega die Verschwendung, wa? Ich hab sie nicht gecraftet. Ihr hättet zumindest vorher... Ich mein, wenn ihr das schon... In der Spitzhacke ist ja noch okay. Aber der macht vorher zumindest Diamanten darauf, dass ihr plus 500 und dann nochmal mal 2... Dann kriegt ihr 1000 mehr. Aber so rum ist wieder dumm. So rum ist echt dumm, ja. Weil so habt ihr von 131 auf 262... Und sonst hättet ihr von 600 auf 1200 machen können, ja? Ja, ich wollte halt nur gucken, mit welchen Materialien das überhaupt geht. Ich hab's doch vererzielt. Ja, deswegen war sie auch schon gecraftet, ne? Naja. Man kann ja nicht alles tun. Hat der von euch Gravel noch? Ich hab grad richtig coole Sachen gefunden. Kann ich die dann jetzt wenigstens... Haben die Pickaxe? Wenn du runterkommst, dann die holst. Oh Gott. Was ist denn die unten? Weil ich Gravel hole. Oh, ich hab'n Stahlhelm. Kann ich die jetzt haben? Achso, ich will jemand noch... Wenn man da jetzt noch einen Diamanten reinmacht, dann ist es nur 1250, oder? Dann ist es nur plus 500. Und nicht plus 1000. Was'n Bucket of Force? Äh, keine Ahnung. Aber behalte's mal. 20 gebrochen. Gesundheit. 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 Und tot und verdammt. Wer hat denn die Diamanten jetzt? Also ich, äh, werde dir keine geben, Fabio. Du auch doof, oder? Wenn man so der Außenseiter ist und so von allen gehasst wird. Ja, wow. Ja? Wow. Ah, Fabio. Alter, jetzt, wo ich mal Gravel will, seh' ich überall Flints rauskommen, Mann. Ja, das ist ja nicht, äh, schlimm. So. Kann man hier Truhen vielleicht auch irgendwie abschließen, oder so? Truhen abschließen? Keine Ahnung, wäre cool. Vor neugierigen Blicken schützen, von gewissen Personen. Vor neugierigen Fabios schützen. Könnt ihr nicht einfach mal mit mir spielen, als wär's irgendwie Tim oder Weyra oder Sascha? Nee, es geht nicht, weil du spielst dir auch nicht normal. Du machst dir immer irgendeine Kacke, über die man sich nicht aufregen kann. Was mach ich denn für eine Kacke? Na, Kacke halt. Weiß so. Ich hab heute hier ganz normal angefangen und ihr seid die ganze Zeit scheiße zu mir und Weyra haut mich die ganze Zeit. Ja, können wir die Zuschauer fragen. Okay, komm mal. Fabio. Wer findet, dass Fabio scheiße ist, der soll bitte das in die Kommentare schreiben. Unter denen, die es in die Kommentare schreiben, verlosen wir da auch noch was. Fabio, das mit der Bratpfanne hast du dir aber selber zuzuschreiben, ne? Wer eine Bratpfanne mit Diamanten macht, ja? Der gehört auch damit verprügelt. Guck mal, guck mal. Aber da hab ich auch schon mitgedacht. Das ist, die fahr cool aus, oder? Und die halt mit den Diamanten verstärkt, damit du mich noch länger damit prügeln kannst. Wie lange man macht, ist abzubauen, ja? Hier, bau mal ab. Geil! Geil! Oder Weyra, bau mal ab. Geil! Was ist das? Du hast voll lange. Was ist das? Groot. Groot. Ich hab Auto-Repair. Aha, aha. Ich hab Auto-Repair, ihr Bitches. Das ist aber irgendwie sinnlos auf der Spitzhacke. Hättest du es für eine andere Spitzhacke aufgewahren sollen. Echt, Marweyra? Ich bin nämlich jetzt dabei, die Schmiede zu bauen. Egal, ich hab noch was. Für mich reicht's noch. Was können wir in der Schmiede alles verbauen? In der Spiele könnt ihr dann halt Eisen schmelzen, Obsidian schmelzen, alle dreien schmelzen. Okay. Okay, können wir dann auch die beste Spitzhacke machen und so, ne? Äh, ich kann immer ganz gut sagen, die beste Spitzhacke hat von ihren Standardwerten eine Durability von 1200. Ne, von 3000. Von 3000. Alter. Mining-Speed von 9, also Ultra-Hardcore schnell. Mining-Speed von 5. Wofür willst du schon wieder einen Diamanten, Fabio? Okay, gar nicht. Ich will später einen. Ich heb ihn mir für später auch. Fabio, willst du wieder einen Denkzettel mit der diamantenen Bratpfanne? Ah, so kann man... Ah, geil, so kann man Slime machen. Ich will mir die Slime-Spitzhacke machen. Es gibt... Was macht denn Slime-Spitzhacken? Du kannst Slime-Spitzhacken machen. Ja, und was hat man dann davon? Ja, Slime-Spitzhacken halt. Die sind ziemlich gut eigentlich. Bei Rad darf ich die Bratpfanne haben. Warum hast du denn eine Bratpfanne? Das Wurfmesser hab ich nicht mehr. Das hätte ich dir weniger gesehen. Ja, es hat Sascha. Die Slime-Spitzhacke hat eine Durability von 3000. Was, äh, ist die auch schneller? Alter. Äh, hat, äh... Mining-Speed 1,5, also relativ langsam. Aber 3000, das ist ziemlich krass. Und wenn man das dann noch mit dem Emerald macht auf 6000 und vorher mit dem Diamanten dann 7000, Halleluja. Mal Durfbewohner finden, damit wir Emeralds ganz viel drohen können. Ja, stimmt. Können wir mal losgehen, Fabio? Oh, ich hab ein Enchantment-Bug. Ja, wir können mal losgehen. Äh, Sascha, kann ich mal ein... Kann ich mal ein... Ich hab auch eine Drohne! Was mach ich denn mit einer Drohne? Ja, ja. Was mach ich denn mit einer Drohne? Ich bin jetzt sparsam, mein Herr. Was mach ich mit einer Drohne? Drone, also du meinst jetzt so, äh, diese Biene. Deadfest-Drone, ja. Perfekt, jetzt hat's auch gehört zu euch und ich will das Wetter jetzt genau bezogen. Da draußen sind auch solche Bienenbüsche, oder? Ich guck mal, ob ich da einfach einen Rechtsklick machen kann. Oh, schon fertig? Geil. Ich mach grad hier mit, äh... Äh, Bommeer. Ja. Da-da-da-da-da-da-da-da. Geh mal, geh mal hier weg, ich... Ich bin halt. Das hat mich gehauen. Du hast da ein paar Potatoes, oder? Nee. Gib mal hier mal bitte. Ich hab keine. Ach, sehr schön, Tim. Das wollte ich eigentlich auch grad machen. Ja, keine Ahnung, was man mit einer mit einer komischen Drohne machen kann. Boah, ey, ich glaub, ich hab krass... Ich hab aber mal ein Enchantment-Book. Ich könnte irgendwas verzaubernd für mich. Soll ich das morgen überleben? Äh, hat wer... hat wer Essen von euch? Nee, keiner hat Essen. Nee, eben draußen sind grad was angebaut. Ja, ich glaub, bin nämlich... Haben wir noch richtiges, geht's, Fabio? Nee, haben gar nichts mehr. Oh, das Schnitzel. Hab's immer. Wird irgendwo Eisen gemacht? Ich mach mal die alten Ohren einfach so. Nee, bitte... Achso. Ja, hier rechts. Lass das mal alles angebaut. Das ist wichtig. Hier sind Slime-Boys drinne. Seer Bricks. Mit den Teilen hinter dir, vor allem müssen wir irgendwo mal gucken, so. Ja, ich weiß auch nicht. Nee, lass die mal. Die müssen noch wachsen. Wie sehen die denn dann groß aus? Einfach fetter. Na, einfach der Block dann. Das sind dann die Berry-Büsches. Okay, Leute, ich weiß jetzt, wie man... So ein Ding macht, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, so ein fettes Ding, ne? So eine Schmiede. Geil, dann mach mal. Dauert eine ganze Weile und ist sehr groß, wie gesagt. Du machst das schon. Ja, es reicht ihm, jetzt können wir doch warten. Ja, oder? Du machst nochmal den ganzen Ding hier, das geht auch, Mann. Warte mal, Sascha, ich zeig dir mal, wo du dann die Schmiede reinmachen kannst. Ich gucke halt, wie groß die ist. Eins, zwei, drei, vier. Fünf mal fünf ist die. Das geht doch voll. Du siehst, wenn du die Treppe runtergehst, diese zwei Löcher, da können wir dann eine Tür machen und weitere Räume. Okay. Die Bienenstrecke konnte man nicht abbauen, ne? Ne, da kommt aber nichts raus. Ich habe mir nicht los. Bum, bums, neues Essen oder so. Dead fast, strong. Komisch. Sehr weit kann man das Wurfmesser aber nicht eröffnen, oder? Der verfolgt mich da schon wieder. Was ist der Fabio? Der verfolgt dich doch gar nicht. Aber wir kommen jetzt her. Smelty, du weißt, Smelty. Kriege ich wieder eine mit der Pfanne. Ja, klar. Wo willst du denn lang, Tim? Weiß ich nicht, vielleicht hier lang? Hast du, ich brauch was zu essen. Da hinten lang. Oder? Was ist das denn alles, oder? Ey, weihra. Ich brauch was zu essen. Da hinten ist Dschungel. Ja, ich geb dir was, wenn du mir mein Wurfmesser wieder gibst. Ja? Zeig mir, was hast du denn? Mit Fleisch. Okay, gib her. Ich komm auch mit. Ja, ich komm auch mit. Das ist ja alles gibt. Achso, weiter geht's nicht. Sascha, willst du nicht auch mitkommen? Ne, ne, ich muss jetzt erstmal. Wo geht hier überhaupt? Ich hab gar nicht zugehört gerade. Sascha ist der Schmiedemeister. Akkunden Dorf suchen. Achso, warte mal, Tim. Ich mach das jetzt noch ganz kurz hier. Wie ich schon gedacht, tut mir leid für die Leute, dass es hier langweilig ist. Ja, aber ich denke, man ist auch sicher interessant zu sehen halbwegs zumindest, wie man das Ganze macht. Für die Leute, die es selbst spielen. So ein bisschen Tutorial-mäßig ist es dann. Also. Ja, wir können ja hier alles mit Bildern beschreiben. Ich sehe sehr viel Sand. Smell to readrain. Ich auch. Und zwei hässliche Gestalten. Im Dschungel. Ich sehe auch zwei richtig hässliche Gestalten um mich herum, ey. Aber die hinter mir, die stinkt auch noch richtig. Genau, was kann man denn jetzt mit dem Öl... Wie kann man das denn aus... Oh, was ist das denn? Öl. Was ist denn das für ein Ding hier? Das ist ein Kalaschummel. Ja gut, der fliegt jetzt in der Luft, egal. Wenn Coco-Beans mitnimmt. Oh. Ja, Kekse. Wir müssten mal Gras holen für Seeds. Ey, du Arsch, hau mich nicht. Guck mal, da kommen Berries raus und andere Seeds. Da drüben ist ein... Einen Brunnen. Wo? Wo bist denn du, Tim? Irgendwo. Da hinten. Cotton Seeds habe ich. Wir können... Das sind geile. Wir brauchen einen schwarzen... Wir können Baumwollefelder machen. Alter, echt? Ja, ich habe Baumwollefelder. Oder aufarbeiten. Ja, ich renne gerade Tim hinterher. Du musst in so einen schwarzen Skin... Nee, okay, das ist zu gemein. Äh, schneid jetzt raus, Sascha. Was? Nö. Bein hat angefangen. Alle sollen wissen, was du für ein Rassist bist. Bein hat angefangen. Oh, da hinten ist ein blauer Baum, Mann. Ja, äh, ich habe 20 Sekunden zuvor das Gleiche gesagt. Aber ich habe es entdeckt. Ja, klar. Wo seid ihr? Ja, der ist cool. Der kann, der leuchtet. Äh, ich baue den ab, Mann. Der leuchtet. Leute, wo seid ihr? Leute, wo seid ihr? Nach links. Plus 270 plus 400. Komm, wir bauen den ab. Was? So weit schon? Ach, da. Hast du einen Pickaxe dabei? Äh, ne, ne. Ja, habe ich. Ne, ne, ne. Der leuchtet. Geil, komm, wir fällen den. Den Holz. Was? Ja, du machst das Holz nicht kaputt. Okay, der Server ist gerade dezent am lecken. Ja, ich mecke auch gerade. Ja, ich mecke auch gerade. Oh Gott. Silverwood Lock. Boah. Ein bisschen nur. Hier sind auch geile Blumen. Bei dem. Ich sehe es. Oh. Gerade dezent am lecken. Quicksilver ist das. Ich habe ein Dorf gefunden. Yay. Wird er nicht. Aua. Irgendwie. Geht mit Fabio mit. Du machst das hier, ja? Nimm mal den ganzen Baum mit. Nimm mal den ganzen Baum mit, Tim. Wenn der mal abgebaut wird, dann irgendwie schon. Fabio, du bist nur lecker, oder? Die ganze Zeit, die es am lecken ist. Am Dorf. Der Baum ist nicht fest. Wahrscheinlich, weil wir gerade am erkunden. Ja, ich habe gerade ein paar Serverwarnungen hier. Ich würde wahrscheinlich gleich abstürzen. Oh nein. Aber wir müssen jetzt erstmal kurz einen Cut machen, denn 23 Minuten wieder. Ja, das war's doch wieder, ne? Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.